Musik Das Brauen edler Bierspezialitäten ist seit Jahrhunderten eine Handwerkskunst. Die neben besten Zutaten ein besonderes Erfolgsrezept erfordert. Können, Erfahrung und Leidenschaft. In Löbau, der Stadt am Berge im Herzen der Oberlausitz, werden in unserer Bergfellbrauerei Löbau unter dem täglichen Leitmotto Wir lieben Bier und lieben Tradition, Brauspezialitäten hergestellt. Die deutschlandweit und darüber hinaus für besondere Genussmomente, sowie eine ständig wachsende Begeisterung für unsere Produkte und Events sorgen. Unter der Geschäftsführung von Inhaber Steffen Dittmar entstand in Löbau eine der modernsten Brauereien Europas. Das mit der goldenen Ehre verzierte B des Bergfelllogos symbolisiert heute mehr denn je die Qualität unserer Biere und die gleichzeitige Pflege von Oberlausitzer Brautraditionen. In Löbau brauen wir so, wie es viele Fans des Biergenusses gewohnt sind und mögen. Süffig, aromatisch und fein herb. Eine echte Bierspezialität wurde zum neuen Markenzeichen unserer Bergfellbrauerei, das Lausitzer Porta. Und genau hier wird diese süffige Porta gebraut. Aus den besten Zutaten, Wasser, Malz und Hopfen, brauen wir in etwa sieben Stunden 150 Hektoliter. Und diese 150 Hektoliter werden anschließend für sieben Tage vergoren und zwei Wochen gelagert. Und worauf wir ganz besonders stolz sind, als erste Brauerei der Welt, haben wir einen Versuch unternommen, eine Energieschaukel zu installieren mit der Bezeichnung Äquiterm. Und mit Äquiterm können wir eine ganze Menge Energie einsparen und somit natürlich unsere Umwelt schonen. Flaschen, Flaschen, Flaschen. Wir Brauer lieben diesen Anblick. 30.000 Flaschen pro Stunde können wir hier für unsere Kunden abfüllen. Und auch internationale Kunden finden unsere Brauspezialitäten sehr lecker. Frauen verwöhnen wir mit unserem kultigen Kirsch-Porter und Erdbeer-Porter. Mit unserem Bier liebt man eben besser. Hallo Micha. Hallo Jens. Na läuft's? Wir leiden immer, Guido. Wir können aber noch viel mehr. Unsere erfrischende Radlerin, das prickelnde Bergwell-Hefeweizen, das starke Bockbier und 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 insgesamt 13 verschiedene Brauspezialitäten und Biermischgetränke haben wir Brauer auf dem Kasten oder besser für unsere Bierfans alle im Fass und Kasten. Und all die vielen Kästen und Fässer stehen dann für unsere Kunden zur Abholung bereit. Und wir staunen nicht schlecht, wohin die vielen LKWs unsere Brauspezialitäten bringen. Und vor allem, wie schnell die leeren Kästen wieder zu uns zurückkommen. Hallo Andrea. Hallo Guido. Hi Nicky. Hey Guido. Und hier im Labor tüfteln wir an neuen Bierspezialitäten und achten täglich auf die Einhaltung unserer strengen Qualitätsanforderungen. Das ist immer wieder spannend und auch geheim. Warum uns unsere Arbeit hier in der Bergwell-Brauerei Löber so viel Spaß macht? Wir leben Bier und lieben Traditionen. Deshalb liefern wir im Stadtgebiet unsere Bierspezialitäten wie zu alten Zeiten. Mit Pferdewagen aus, die von eigenen Bierkutschern gelenkt werden. Einmalige Löber in diesem Jahr. Frei wie heute. Zehn Brauereipferde sind die zugkräftigsten Mitarbeiter von Bergwell. Ein optisches Erlebnis für die Einwohner und Gäste von Löber. Wenn der Fasswagen mit seinen geschmückten Pferden durch die Straßen rollt. Ob zur zünftigen Grillparty mit Freunden oder den Stadtfesten in der Region. Wo kräftig gefeiert wird, sind unsere süffigen Bierspezialitäten aus Löbau zu Hause. Und sorgen für stimmungsreiche Stunden voller Spaß und purer Lebensfreude. Unverwechselbar kreativ und einmalig sind auch die außergewöhnlichen Ausschankfahrzeuge. Die Porta-Trabi-Ausschankflotte. Kultig wie unser Porta-Bier sind die exklusiven Fahrzeuge. Viel bestaunte Publikumslieblinge auf Messen, zu Konzerten und bei Stadtfesten. Ein Besuchermagnet ist unser alljährliches Brauereifest. Nach dem traditionellen Bieranstich durch unseren Malzmönch Steffen beginnt die Stimmung in der Festhalle zu steigen. Und unsere Brauspezialitäten werden zu den köstlichsten Partygetränken in Löbau. Kult-Benz natürlich inklusive. Unter unserem Leitmotto, wir lieben Bier und lieben Traditionen, werden wir auch in Zukunft alles dafür tun. Kundenvertrauen zu erhalten, Trends zu setzen, Traditionen zu pflegen und vor allem jeden Tag leckere Brauspezialitäten für Sie zu brauen. Und läuft es dann wie immer, Chef. Wir leben Bier und lieben Traditionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017